Ja, es ist wieder der Testmittel von YouTube. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man sich dieses Gangnam Style Video bei YouTube wieder anzeigen lassen kann. In Deutschland ist es ja durch die GEMA gesperrt worden und das Video hat ja derzeit weit über eine Milliarde Klicks. Wenn man das Original Video sucht, bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich bin einfach auf die Seite von GameStar gegangen, ist so ein Spielemagazin, habe in die Suche Gangnam eingegeben, gehe auf Suche und direkt der erste Treffer draufgeklickt. Ja, und hier steht halt so eine Info, dass das Video die Scheinmauer von einer Milliarde Aufrufe untersprochen hat. Und direkt im ersten Satz steht das Original Video. Da klicken wir drauf und oh weh, böse GEMA hat uns das Video leider vorenthalten, ist gesperrt in Deutschland. Ja, was machen wir? Es gibt ja verschiedene Wege, die GEMA zu umgehen mit verschiedenen Programmen. Es gibt einmal den Hotspot Shield, dann gibt es Proxtube, einmal für Chrome, einmal für Firefox, da muss man auch drauf achten. Für Proxtube gab es sogar eine Warnung, das war am 24.11.2012. Warnung vor Werbefunktionen im Proxtube, wer will, kann sich das mal durchlesen. Interessiert uns alle nicht, wir nehmen ein ganz anderes Programm und zwar Unplug YouTube. Wie kommt man da hin? Ganz einfach. Ihr geht bei Google Unplug YouTube.us ein und direkt beim ersten Treffer draufklicken. So, bei Quick Browse Links wählen wir YouTube aus. Zack. So, jetzt gehe ich mal gerade auf dieses gesperrte Gangnam Style Video, kopiere mir die Titelbezeichnung und gebe die jetzt hier mal ein. Zack. Ja, der erste Treffer, der angezeigt wird, ist dieses Original Gangnam Style Video mit über einer Milliarde Klicks. Da klicken wir jetzt mal drauf. Und dann muss ich das Video direkt anhalten. Zack, sonst meckert nämlich YouTube wieder rum. Ja, und so einfach kann man die GEMA Sperre für dieses Psi Gangnam Style Video umgehen und kann sich das dann jetzt auf YouTube anschauen. Ja, ich hoffe mal weitergeholfen zu haben mit dem Video und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.